Dieser Mann hatte ein wirklich beunruhigendes Erlebnis, als er beschloss, die verdächtige Garage seines verstorbenen Großvaters zu öffnen. Was er darin entdeckte, ließ ihn völlig entsetzt zurück und führte ihn auf eine Reise, die sein Leben für immer veränderte. In einem ruhigen Teil des ländlichen Vermont hatte Jason Miller das gemütliche alte Haus seines Großvaters geehrt. Ein Ort, der in der Zeit eingefroren und unter vielen Familiengeschichten verborgen ist. Nachdem sein Großvater vor kurzem gestorben war, musste Jason sich durch die jahrelang aufgestapelten Sachen wühlen. Während er all die Erinnerungen durchging, störte ihn etwas an seinem neuen Zuhause. Die verschlossene Garage. Seine Verwandten hatten immer darüber getuschelt, sich aber nie getraut, seinen Großvater zu fragen, warum sie nicht zugänglich war. Angetrieben von seiner Neugier und den gruseligen Geschichten aus seiner Kindheit beschloss Jason selbst nachzusehen, was sich darin befand. Als er die Garage schließlich öffnete, erwartete er, normale alte Sachen wie Autoteile oder unbenutzte Möbel zu finden. Aber stattdessen war er schockiert, als er einen Haufen seltener und exotischer Pflanzen unter hellen Lichtern sah. Ein Minigewächshaus, das so gar nicht zu dem einfachen Lebensstil seines Großvaters passte. Jason begann mehr über diese Pflanzen herauszufinden. Er fand heraus, dass jeder einzelne nicht nur selten, sondern auch vom Aussterben bedroht ist und ohne Sondergenehmigung nicht angebaut werden darf. Die Sache wurde noch komplizierter, als Jason einige alte verblasste Fotos fand, die hinter einer losen Wandverkleidung versteckt waren. Diese Fotos zeigten seinen Großvater mit bekannten Pflanzenexperten und überraschenderweise auch mit einigen zwielichtigen Gestalten, die für den illegalen Handel mit seltenen Pflanzen bekannt waren. Jasons Überraschung wuchs, als er ein Bündel Briefe zwischen seinem Opa und einer geheimnisvollen Person fand, von der nur die Initialen bekannt sind. In diesen Briefen war von Lieferungen und Neuanschaffungen die Rede und zwar auf eine dringende und geheimnisvolle Weise. Mit jeder neuen Sache, die er fand, veränderte sich das Bild seines Großvaters von einem alten Mann im Ruhestand zum Kopf einer geheimen Operation, die mit verbotenen und seltenen Gegenständen handelt. Es sah so aus, als hätte der alte Mann ein geheimes Leben geführt. In den Tagen nach der Entdeckung der Garage wurde Jason dazu getrieben, das Geheimnis um die geheimen Hobbys seines Großvaters zu ergründen. Er untersuchte die seltsamen Notizen und wagen Hinweise in der Sammlung illegaler Pflanzen und versuchte, sich einen Reim auf die düstere Welt zu machen, an der sein Großvater beteiligt gewesen war. Als er die botanische Sammlung untersuchte, entdeckte er in einem versteckten Raum unter einem alten Finkusbaum ein Versteck mit sorgfältig geführten Tagebüchern. Dabei handelte es sich nicht nur um Gartenaufzeichnungen, sondern auch um detaillierte Protokolle von geheimen Reisen zu entlegenen Orten. Die Tagebücher waren voller verschlüsselter Botschaften, die darauf hindeuteten, dass sein Großvater Teil eines weltweiten Naturschutzprojektes war, auch wenn es irgendwie am Rande der Legalität lag. Schockiert und verwirrt wandte sich Jason an einem Botaniker im Ruhestand, der seinen Großvater kannte. Der Experte war zunächst etwas zögerlich, erklärte sich aber schließlich bereit zu helfen. Während ihres Gesprächs erfuhr Jason von einer geheimen Gruppe von Botanikern, die alles daran setzten, gefährdete Pflanzen zu schützen und sogar das Klonen und genetische Veränderungen einsetzten. Wie sich herausstellte, war sein Großvater eine große Nummer in diesem geheimen Spiel um den Schutz der Pflanzen und arbeitete unter dem Radar, um die strengen internationalen Gesetze zu umgehen. Die Geschichte wurde noch spannender, als Jason auf Bankunterlagen stieß, die zeigten, dass viel Geld über die Konten seines Großvaters geflossen war, und zwar in Verbindung mit Pharmafirmen, die es auf seltene Pflanzen abgesehen hatten. Diese Geldspur deutete daraufhin, dass diese Unternehmen die Bemühungen seines Großvaters um den Halt der Pflanzen finanzierten, was eine chaotische Mischung aus guten Absichten und möglicher Habgier hervorrief. Als Jason tiefergub, fand er einen Tresor, der hinter einer falschen Wandverkleidung im Büro versteckt war. Darin befanden sich mehrere Pässe mit dem Gesicht seines Großvaters, aber mit verschiedenen Namen und Ländern darauf. Dieses Versteck deutete auf ein Leben hin, in dem er um den Globus schlich, wahrscheinlich gefährdete Pflanzen über die Grenzen transportierte und dabei strenge internationale Regeln umging. Mit jeder neuen Wendung zerfiel das Bild seines Großvaters als ruhiger alter Mann und wurde durch einen Mann ersetzt, der tief in einer Welt voller Geheimnisse und schwieriger moralischer Entscheidungen steckte. Jason rang mit sich, was er von all dem halten sollte. War sein Großvater ein Held, der für den Naturschutz kämpfte? Oder war er ein Schmuggler, der unter dem Deckmantel der Umweltrettung Geld verdiente? Als Jason tiefer in das geheime Leben seines Großvaters eindrang, fand er in einem der alten Botanikbücher eine versteckte Blaupause. Dieser Plan zeigte, wie die Garage umgebaut worden war, einschließlich eines geheimen Kellers. Mit einer Mischung aus Angst und Neugierde verschob Jason einen schweren Schrank und fand eine versteckte Tür, die in die Dunkelheit hinunterführte. Als Jason in den Keller hinabstieg, sah er etwas, das im Vergleich zu der gemütlichen Garage im Obergeschoss ein totaler Schock war. Der Keller war ein Hightech-Labor, das mit Geräten für fortschrittliche Gentechnik ausgestattet war. Das Labor diente nicht nur der Forschung, sondern schien ein Zentrum für ein globales Netzwerk zu sein. Zwischen all den wissenschaftlichen Geräten fand Jason einen stark verschlüsselten Computer. Nach taglangen Versuchungen hackte er sich schließlich hinein und fand Nachrichten zwischen seinem Großvater und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. In diesen Nachrichten ging es um die gentechnische Veränderung von Pflanzen, damit sie in extremen Klimazonen überleben können, was auf ein geheimes Projekt zur Bekämpfung der weltweiten Nahrungsmittelknappheit hindeutet. Dann fand Jason etwas noch Verrückteres. Hinter dem Labor gab es einen Versteckenraum, den er nur über einen geheimen Schalter an der Hauptkonsole erreichen konnte. Darin fand er eine kryogene Lagereinheit, die mit Samen- und Pflanzenproben gefüllt war, die jeweils mit Koordinaten von geheimen Orten auf der ganzen Welt versehen waren. Es handelte sich nicht um gewöhnliche Proben, sondern um einen Notfallplan zur Wiederherstellung der Pflanzen auf der Erde, falls es jemals zu einer massiven Umweltkatastrophe kommen sollte. Entschlossen, alles über das geheime Leben seines Großvaters zu erfahren, machte Jason weiter. Aber das brachte ihn auch in Gefahr, denn mächtige Leute wollten, dass diese Geheimnisse verborgen blieben. Jason beschloss, die mysteriöse Gruppe zu konfrontieren, die mit seinem Großvater gearbeitet hatte. Er arrangierte ein geheimes Treffen. Aber als er dort ankam, wurde er von einer Fraktion der Umweltorganisation aufgehalten, die sein Großvater mit gegründet hatte. Diese Gruppe hatte sie sich von der Hauptorganisation abgespalten, weil sie andere Überzeugungen hatte. Die Gruppe zeigte Jason Beweise dafür, dass einige Mitglieder der ursprünglichen Gruppe die Forschung seines Großvaters verdreht hatten. Anstatt sie zu nutzen, um der Umwelt zu helfen, wollten sie mit den genetischen Veränderungen Geld verdienen. Sie erzählten Jason auch, dass jemand in der Gruppe Informationen am Biotech-Unternehmen weitergegeben hatte. Diese Person half den Unternehmen, die Forschungsergebnisse zu stehlen, um daraus Profit zu schlagen. Und sie waren nun eine Bedrohung für ihn, weil er zu viel wusste. Während Jason versuchte, das alles zu verarbeiten, enthüllte die Fraktion eine weitere Wendung. Sie hatten Nachrichten abgefangen, aus denen hervorging, dass ein großer Umweltpolitiker, der einst mit seinem Großvater befreundet war, plante die Genforschung zu nutzen, um internationale Abkommen zu manipulieren. Diese Person wollte bestimmten Ländern Sonderkonditionen einräumen und sie im Gegenzug für lukrative Handelsgeschäfte Naturschutzgesetze ignorieren lassen. Sein Großvater war jedoch dagegen und hatte sich damit in große Gefahr begeben. Jason war schockiert und wusste nicht, was er denken sollte. Er zog sich schnell in das Haus seines Großvaters zurück und überlegte, was er nun tun sollte. Sein Leben hatte sich in einen Spionagefilm verwandelt und die Wendungen waren noch nicht zu Ende. Zurück im sicheren Labor vertiefte sich Jason in die Forschungen seines Großvaters und fand eine unveröffentlichte Arbeit. Darin wird eine revolutionäre Methode beschrieben, wie man mit gentechnisch verändertem Saatgut das Pflanzenwachstum in trockenen Umgebungen beschleunigen kann. Diese Entdeckung könnte helfen, die weltweite Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen und die Landwirtschaft für immer zu verändern. Gerade als er diesen Durchbruch mit der Welt teilen wollte, stand Jason vor einer schwierigen Entscheidung. Die Biotech-Unternehmen, vor denen er gewarnt worden war, boten ihm ein riesiges Geschäft an, um die Exklusivrechte einer Forschung zu erwerben. Das Geld und die Ressourcen, die sie versprachen, waren verlockend, aber es würde bedeuten, dass nur reiche Märkte die Technologie nutzen könnten, was dem Traum seines Großvaters widersprach, sie allen zugänglich zu machen. Um sich zu wehren, warnte sich Jason an globale Umweltgruppen, um eine Koalition zu bilden. Sie wollten die Ergebnisse als Open Source veröffentlichen, damit alle davon profitieren können, insbesondere Länder, die mit Nahrungsmittelknappheit zu kämpfen haben. Dieser Plan geriet jedoch in Stocken, als er herausfand, dass der Verräter in der Umweltgruppe einen Großteil der Laborausrüstung sabotiert hatte, sodass es schwierig war, die Experimente zu wiederholen, die zum Nachweis der Forschungsergebnisse nötig waren. Als der Druck immer größer wurde, bekam Jason unerwartete Hilfe. Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern, die die Arbeit seines Großvaters heimlich verfolgt hatte, bot ihm ihre Hilfe an. Ihnen ging es nicht um Profit, sie wollten nur die globalen Auswirkungen der Entdeckung sehen. Sie boten ihr Fachwissen an, um das Labor wieder aufzubauen und die Ergebnisse zu verifizieren. Jason stand am Scheideweg und hatte mehrere Wege zur Auswahl, jeder mit seinen eigenen Risiken und Vorteilen. Das Vermächtnis seines Großvaters war zu einer globalen Angelegenheit geworden und es lag an Jason zu entscheiden, wie er es ehren wollte. Inspiriert von der Weisheit seines Großvaters, beschloss Jason einen mutigen Schritt zu tun. Er lehnte das Angebot der Biotech-Unternehmen ab und entschied sich mit den internationalen Wissenschaftlern und der abtrünnigen Umweltgruppe zusammenzuarbeiten, um das Labor wieder aufzubauen. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass die neue Agrartechnologie sicher und zuverlässig war und allen Menschen kostenlos zur Verfügung stand, um den Traum seines Großvaters zu erfüllen. Es war eine wilde Fahrt, aber sie war es wert. Was für eine schockierende Reise. Hättest du das Angebot der Biotech-Unternehmen angenommen oder wärst du bei den Wissenschaftlern geblieben? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.